Tag 2 Körperreinigung und Transformationsprozess Heute geht es um meine Verbindung mit dem Körper, Wurzelchakra. Ich bin in mir, ich spüre mich, ich bin lebendig in jeder Zelle. Ich spüre, wie das Licht des Universums in jeder Zelle leuchtet und sich ausdehnt. Ich trinke reines Wasser und ich trinke lichtvolle Lebensenergie aus Aloe Pflanze und ich spüre, wie meine Zellen sich jetzt beginnen zu regenerieren, zu erneuern, zu verjüngern. Meine Wurzelchakra leuchtet im Licht, mein gesamtes Becken leuchtet im Licht, Meine Füße sind verwurzelt, ich bin in mir, ich spüre meinen Körper, ich spüre meine Präsenz in der Welt. Durch diese Reinigung kann ich meine Gedanken erschaffen, die wiederum mein Leben definieren und manifestieren. Ich konzentriere mich auf den Gedanken der Liebe, aufbauende Gedanken, die meine Gesundheit verbessern, die meinen Körper verbessern, mein Körpergefühl. Ich spüre die Veränderung in mir, die positive Ausrichtung und Transformation auf ein neues Leben, Leben in Verbundenheit mit mir selbst, in Verbundenheit mit meinem Körperwesen. Ich spüre die Kraft in meinem Becken. Heute ist ein wunderschöner Tag.